sechs zeichen dass dein date ganz cooler typ sein könnte also jetzt sechs green flags kurz und bündig mein name ist christian schimmer ja ich bin diplom psychologe und so weiter und sofort dieses mal ein drittes buch neue dimension der liebe sehr schön wenn du es handfester mags guck auch mal meine ersten beiden rein für dating insbesondere der liebescode ja erstes zeichen lässt dich reden dein date ja interessiert sich für dich möchte ich wirklich kennenlernen und redet nicht nur die ganze zeit über sich zweites zeichen du wirst nicht andauernd kritisiert warum du da einen punkt zu viel im gesicht hast warum du ein grünes kleid an hast du kein blaues und irgend so einen scheiß den kein mensch braucht drittes punkt dann der kann sich entschuldigen vielleicht ist irgendein mini missgeschick passiert hat er nicht im mantel geholfen hatte nicht den stuhl angerückt hatte die tür aufgehalten weil gerade heute fußballfans ausgaben wir wissen es nicht und dann kann sagen oh sorry ich hätte gern das gemacht oder sorry dass mir das passiert ist oder sorry dass ich mich nicht schneller gemeldet habe kann sich entschuldigen nimmt sich auch nicht zu wichtig ne vierter punkt nicht schlecht reden über die über den die ex vor allen dingen kein gerede was schlimmer narzisst das war lass die finger davon weil gerade leute die ein bisschen sehr im ego sind oder wie ich immer sage sehr im minus sind reden besonders gern über den ex und machen ihn schlecht und sagen was ich was das für ein schlimmer typ war und kerl war vielleicht war es ein ganz netter kerl weiß man einfach nicht fünfter punkt jammern nicht über alles keine gespräche über einen weltfrieden über karina über die 27 impf warum das gras zu schnell wäre zu langsam weg ist ob der juni zu warm zu trocken zu kalt war nicht irgend so ein kram sondern einfach spaßige themen sechster punkt vielleicht der wichtigste keine obsessiven gedanken nach dem date kein alle zwei sekunden handy schecken kein dopamin rasch in deinem system das ist vielleicht der wichtigste punkt in diesem sinne macht die fucking dating kurs sonst bei mir auf die wäsche punkt e oder mein programm zum ausstieg aus toxischen beziehungen unter anderem auch wie viele andere punkte da fangt ihr auf mit modul 1 an und wir sehen uns bald wieder ja und ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017